irgendwas ist euch auf der spur bewegt darin umgehen zur operationszentrale kaputt man es gibt es nicht es gibt es nicht wir sollen umgehend zurück zur zentrale da wollte ich gerade hin und irgendwie ist unser mann nicht fähig genug dazu und dazu begleiten ich stehe schon wieder auf wofür habe ich dich eigentlich du hast eine fette bumme und ich muss hier na geh schon ja nach mann okay wir müssen eigentlich sofort zurück rennen sondern ich glaube erstmal uns so ein bisschen den weg frei ballern das geht ja schon los ja ja knall hengst ey okay ach wir lösen das aus nicht er na na ja ja gibt w ach an dass ja ja wir müssen ihm seinen rücken decken aber er deckt unseren nicht finde ich geil da warst du mal schön alleine okay das kann er anscheinend nicht ich weiß nicht was mit seiner bumme kaputt ist aber schön dass wir die scheißdrecksarbeit machen müssen herrlich herrlich warum ballert er nicht einfach mongol hey kaputt man Alter, stehst du direkt vor mir, ne? Aber nicht. Wo schießt die eigentlich immer allererster? Verstanden. Ich glaube, da war eins auf dem Flur. Naja. So. Mal ein bisschen, äh. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück. Oh Mann. Müssen wir uns jetzt erst wieder diese, äh. Na. Okay. Näher ranstehen. Dann funktioniert das. Zehnmal Ladung. Ist ein bisschen wenig. Soll ich mal nachladen? Nachladen. Sechs. Achso, mehr geht gar nicht. Warte, das ist ja nicht die, äh. Das ist ja, ähm. Ricks, äh. Spezialschrottgun. Alter. Sag mal, wie viel kann, kann ja dieser Kacke vertragen, ey? Halten Sie, um, äh, Geschuss aufzustellen, weil es aufstellendes Geschuss schon sind, sind Sie anfällig, oder? Äh. Da war doch ein altes Sensorgeschuss auf Ihrer Kamera. Wissen Sie noch, was war? Ja, Sir. Wir holen es uns. Verstanden. Ich glaube, da war eins auf dem Flur. Hinterstellen Sie das Geschütz neben die Munition. Äh. Fünfhundert Schuss. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Achso, da bin ich endlich. Achso. Einfach abschießen. Kann doch nicht so schwer sein, Leute. Oh, ich laufe direkt vor die Flinte. Ah. Oh, ich laufe direkt vor die Flinte. wir müssen den funkturm unbedingt zum laufen und 320 noch es gibt einen tunnel der direkt dorthin durch das system kommt ihr zum funkturm verstanden oh gott oh gott es war gar stellen wir es hier auf das soll es steht aber scheiße im moment ach was war ich denn so wenn er bischof die ganze zeit hier da stelle ich so ungefähr mal hier bist du doch jetzt hier ja genau jetzt sagst du aber wer voll für schrotflint ist natürlich nicht munition schade so muss man jetzt lang ich drück ach nee ich hab weh oha gehen sie funkturm und suchen sie warte mal können wir hier voll 600 aufladen ist auch nicht jetzt haben wir die ganze zeit diesen nimmst du das mal mit ich glaube ihm jetzt weiter ja er weiß auch wo es lang geht grausam naja ich weiß er bleibt es ja stehen damit es kommt jetzt mal rein oder aber du lauch zehn schuss da stehen bleiben hey du bauer los scheiß auf den käse jogi warum bleibt er da stehen da ist doch nix warum bleibst du hier stehen ich habe die genauer visier jetzt geht er ok mann oh mann ich bin warte mal war das luft lüftung schacht moment ja aber wo wo geber da rein sag mal wenn ich das jetzt wüsste ach so jetzt kann ich den ding gar nicht anmachen drücken auf Kuh oder ja 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 okay das ist ein bisschen merkwürdig jetzt hier ich komme schon wieder vom Mikrofon weg warum auch immer so jetzt hier ein das steht jetzt wieder hier irgendwo muss ja was sein wo wir rein können diese blaue Ansicht wollen hier ist ein bisschen bin ich blind ja keine ahnung wo dann jetzt hier sei so wo wir hin müssen er wird auch jetzt irgendwie was mir wird auch nichts angezeigt dass wir irgendwo irgendwas drücken oder machen können hier geht es nach draußen ja wir können aber nicht hin da kommen wir nicht lang ja ja er steht jetzt hier draußen und guckt wieder runter ok auch nicht ja das ist aber ganz ein bisschen stutzig hier sag mal was wo ich hin muss hier wenn ich da liegen dies war ich wollte eigentlich ja keine ahnung wo ich hier lang muss jetzt gucken ob der mir das vorne noch mal der mir das aber sagt davon ich glaube wir sind hier mann und da habe ich was übersehen voll vorbeigehen oder bleibt du mal dahinten ich mache das hier alleine du bauer oh dann ei 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 ok so single modus ne er kommt nicht er will da oben bleiben ist nicht wahr jetzt erst wenn ja sonst was passieren könnte das ist das war gut das hat uns erstmal doch schön hoch gehälftet ja gut ich mache auf ja 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 ja